Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Pfeiffer, ich bin Ihnen ja dankbar, dass Sie die Energienetze angesprochen haben, weil dann hätten Sie mal in den Bericht der Kommission gucken müssen. Da steht nämlich etwas völlig Richtiges drin, dass das Problem an der Stelle in der Tat nicht das Geld sind und dass uns da gar keine Fonds oder so etwas nützen, sondern dass das Problem der regulatorische Rahmen ist, dass diese Bundesregierung im Bereich der Energieinvestition bisher nicht in der Lage ist, einen Rahmen herzustellen. Und das kann man sich auch schön angucken. Sie haben die Erneuerbaren aus dem Land getrieben. Da will niemand hier mehr investieren. Herr Seehofer, Herr Seehofer bekämpft den Netzausbau. Das treibt all diejenigen, die da was machen würden aus dem Land. Und Sie wollen jetzt, das ist die aktuelle Debatte, 50 Jahre alte Gaskraftwerke unter Naturschutz stellen. Wer soll denn da noch in moderne Kraft-Wärme-Kopplung und moderne Speicher und etwas investieren? Das genau ist das Problem, weshalb wir im Energiebereich eine Investitionsschwäche haben. Und das steht genau so in dem Bericht. Und da hat die Kommission völlig recht. Meine Damen und Herren, was aber das Problem sein wird, dass genau diese Punkte am Ende in der Versenkung verschwinden werden. Und das merken wir jetzt schon an der Debatte, wenn sich vier Herren, Herr Schäuble, Herr Gabriel, Herr Dobrindt und Herr Fitschen äußern und nur noch über die Frage reden, wie kann man Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen und wie kann man da private Investitionen reinbringen? Und ich kann Ihnen sagen, das, was da an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, das, was da diskutiert wird, das ist nichts anderes als die kalte Privatisierung, die Privatisierung durch die Hintertür des Tafelsilbers des Bundes, dass man am Ende die Bundesfernstraßeninfrastruktur für andere zugänglich macht, meine Damen und Herren. Das ist der Versuch, den gescheiterten Börsengang der DB jetzt bei den Straßen und Autobahnen zu wiederholen. Und das müssen Sie sich ins Stammbuch schreiben lassen. Und das Verrückte ist ja an der Stelle, dass ganz offen gesagt wird, ja klar, wenn wir da Private mit reinnehmen in diese Bundesfernstraßengesellschaft, dann wird das teurer. Und das Verrückte ist, wenn Sie dann in die Berichtung des Bundesrechnungshofes gucken, das Teurere führt nicht einmal dazu, dass es irgendeinen Mehrwert gibt, sondern wir kriegen für das Gleiche bestenfalls, bestenfalls müssen wir mehr dafür zahlen, kriegen wir das Gleiche dann am Ende hin. Und das ist an der Stelle wirklich nicht verantwortlich. Und ich sage Ihnen auch, es geht hier gar nicht um Verkehrsinfrastruktur. Es geht darum, und das will Herr Schäuble, die Schuldenbremse umgehen. Das soll die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, soll in einen Schattenhaushalt ausgelagert werden. Und Herr Dobrindt, der profitiert auch davon. Der hat dann mehr Mittel, statt in den Erhalt der Straßeninfrastruktur zu investieren, unnötige Umgehungsstraßen vor allen Dingen in Bayern zu bauen. Und Herr Gabriel kann durch die Lande ziehen und sein ja leider etwas ramponiertes Concerne-Image dann aufpolieren. Aber vor allen Dingen profitiert Herr Fitschen an der Stelle davon, der ein Interesse hat. Der braucht nämlich dringend eine Rendite für gescheiterte Finanzprodukte in Lebensversicherungen. Und das ist der wahre Grund, weshalb Sie das machen. Sie wollen die Schuldengremse umgehen und Sie wollen an der anderen Seite einen Rettungsschirm für Lebensversicherungen aufspannen. Das ist der wahre Grund. Das hat mit Verkehrsinfrastruktur gar nichts zu tun. Und ich will Ihnen eines sagen. Wenn dieses Beispiel Schule macht in Deutschland, dann komme ich demnächst bei meinem Bäcker rein. Der sagt mir dann, hurra, meine Bäckerei gehört jetzt der Deutschen Bank. Dafür werden die Brötchen um 5 Cent teurer. Sie werden vielleicht etwas verschrumpelter, weil das alles nicht mehr so gut geht. Aber dafür sagt er mir dann, Herr Krischer, dafür haben Sie vielleicht Glück. Und demnächst kriegen Sie dann noch eine Rendite aus Ihrer Lebensversicherung. Das ist doch irre, was Sie an der Stelle machen. Das ist nicht zukunftsfähig. Das kann doch wohl nicht sein. Was wir an der Stelle brauchen, meine Damen und Herren, das ist endlich eine Konzentration auf den Erhalt in der Straßeninfrastruktur. Immer noch werden zwei Drittel der Mittel in den Neubau investiert. Und das fehlt natürlich beim Erhalt. Das fehlt beim Erhalt. Und statt überflüssige Umgehungsstraßen in Bayern zu bauen, sollten wir uns auf die Leverkusener Rheinbrücke, auf die Schiersteiner Brücke konzentrieren, um nur diese als Symbole das erhalten, was wir an Verkehrsinfrastruktur haben. Das ist die Herausforderung. Und ich sage Ihnen auch, worüber man reden kann, worüber man reden muss, das tun Sie aber interessanterweise nicht. Sie reden nur über irgendwelche Fonds und Finanzierungs- und private Anlagenformen. Worüber man reden muss, ist, dass die organisierte Verantwortungslosigkeit bei der Straßenbauverwaltung angepackt werden muss. Da gibt es eine Baustelle, um die man sich kümmern muss. Das darf aber nicht dazu führen, meine Damen und Herren, dass am Ende unsere Bundesautobahnen, unsere Bundesstraßen, am Ende ein Rettungsschirm für gescheiterte Finanzprodukte der Versicherungswirtschaft sein. Das ist nicht die Antwort auf das, was wir in der Verkehrsinfrastrukturpolitik brauchen. Dankeschön.